Bei unseren Tänzchenkonzerten ging es früher immer so, dass man gesagt hat, ein kurzer spontaner Applaus. Kennst ihr das ungefähr? Das ist einfach, ich ruf's auf und dann klatsche ich einmal die Hand, okay? Auf drei. Drei, zwei, eins. Ein kurzer, spontaner Applaus. Sehr gut. Kann's weitergehen. Kennt auch jeder. Ritzig. Ich wär so gerne bei Gebiet, doch ich hab viel zu viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt, die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht drängt unser Leben davon ab. Nichts, sonst ist es dir ernst. Du kennst mich hier grad nicht entbehren. Nur keine Angst, du bleibst nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz viel Geld treffen. Danach lebe ich zu dir. Noch 148 Mails. Check. Wer weiß, was mir dann noch passiert. Denn das war ja viel zu viel. Du bist nur noch kurz die Welt, die Welt. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Ich bin dran. Falt schon mal mit dem Essen an. Ich lösse dann später dir zu. Du fragst, wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt. Du scheinst wohl nicht zu wissen, was ich tue. Eine ganz besondere Mission. Lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt. Genug gesagt. Genug Information. Ich lösse dann später. Ich lösse dann später. Ich lösse dann später. Okay. Wie oft? Nein. Wie oft? Zeit wird mir auf uns zu warten, wäre angescheinend für die ganze Welt der Völkerung. Ich muss jetzt ruhig und ich spiel große Karastrofen. Erschst du nicht, dass wir in Not tun? Ich muss den Ecken weg. Keine Nacht bieg ich zu dir. Noch 148 Nails. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert zu viel. Ich muss den Ecken weg. Keine Nacht bieg ich zu dir. Noch 148 713. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert zu viel. Ich muss nur noch kommen. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.